Hallo, wer bist du? Ich bin Kaiser Franz Josef, der Monarch des Habsburger Reiches. Und von deiner Frau kannst du mir da was erzählen? Unsere Frau, Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn, war besser bekannt als sie sich. Sie war eine bemerkenswerte Frau von außergewöhnlicher Schönheit und Anmut. Ihr Leben war jedoch nicht frei von Herausforderungen, und sie litt unter dem Druck der öffentlichen Erwartungen und persönlichen Tragödien. Trotzdem war sie eine geliebte Partnerin und Mutter, und ihr Vermächtnis legt bis heute weiter. Do you speak English as well? By my trial, I am Kaiser Franz Josef von Huffey, and I primarily speak and write in German. However, I can understand and respond to some English inquiries. How may I assist you? Parlez-vous français? Pardonnez-moi, mais je ne parle pas français pour avant. Je suis principalement versé dans la langue allemande. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Danke, ich habe mich sehr gefreut. Servus!